Aus der Audio-Montage lässt sich die globale Analyse nicht aktivieren. Sie öffnen aus der Montage die Quelldatei durch Doppelklick im oberen Bereich der Wellenformdarstellung oder durch das Kontextmenü der rechten Maustaste und den Befehl Quelldatei öffnen. Jetzt öffnet sich das Wave-Fenster, das sich immer in der Montage spiegelt. Um die globale Analyse zu aktivieren, müssen Sie zunächst einen Bereich in einem Wave-Fenster auswählen. Wenn Sie einen Song vorliegen haben, der einer gleichmäßigen Wurst ähnelt, können Sie die gesamte Datei auswählen. Ist noch etwas Dynamik vorhanden, sollte der lauteste Refrain ausgewählt werden. Wenn Sie alle leisen Passagen mit einbeziehen würden, wäre der gemessene durchschnittliche Lautheitswert niedriger. Wenn Sie diesen Titel auf den gleichen durchschnittlichen RMS-Wert mastern würden, wie einen durchgängig-lauten Titel, dann wären die lauten Passagen des leiseren Titels natürlich wesentlich lauter als die lauten Passagen des lauten Titels. Nach der Bereichsauswahl in der Wave-Datei wählen Sie im Menü Analyse den Eintrag Globale Analyse und drücken Return. Der Weg über den Kurzbefehl Y ist natürlich bequemer. Auf der Registerkarte Peaks können Sie die höchsten Pegelausschläge ablesen, die nach der Normalisierung auf minus 3 dB stehen dürften. Auf der Registerkarte Lautstärke, die ich lieber als Lautheit übersetzen würde, können Sie im Feld RMS-Pegel, Durchschnitt, die durchschnittliche Lautheit ablesen. Da der RMS-Pegel ja nach der Normalisierung berechnet wird und den Peak-Headroom berücksichtigt, wird die echte Lautheit und nicht die relative Lautheit angezeigt. Sie würden ja kein Master mit 3 dB Headroom abgeben. Daher müssen Sie von der durchschnittlichen Lautheit den Peak-Headroom abrechnen, um ihn in die Spalte RMS-Post-Normalize des Protokolls einzutragen. Hat also der analysierte Refrain eine durchschnittliche Lautheit von minus 20 dB und Sie haben einen Peak-Headroom von minus 3 dB, so haben Sie eine relative Lautheit von minus 17 dB im Falle der Vollaussteuerung. Das ist der Wert, der uns an dieser Stelle interessiert.